Norddeutscher Runde Sieht nicht gut aus, dass Messa hat mir nie werfischt oder so, Sie. Bin septisch. Wie geht's, kleine Schwester? So dämlich. Es war dieses... Dieses Mädchen, dieses... Verdammte kleine Tür. Mit großem Messer. Hey, hilf mir. Na komm. Oh, na los. Scheiße. Noch ein Lob. Wir müssen weg, bevor sie hier durchkommen. Wir müssen aufs Dach. Einen von diesen Helixraren winken. Okay. Warten Sie, wir brauchen Hilfe. Sie ist verletzt. Was ist mit ihr? Also sie hat nicht, was immer da draußen abgeht. Sie hat eine Stichfahrt. Ich kann sie nicht mitnehmen. Okay, und wir, Brian, wenn wir sie nicht sofort in ein Krankenhaus bringen, dann wird sie sterben. Es gibt keine Krankenhäuser. Komm schon, es gibt keine mehr. Ihr habt Ärzte, Sanitätszelte, eine Lazarett-Einheit. Ich bin nur ein Doktorand, okay? Ich wurde einfach eingeteilt. Ich sollte nicht mal hier draußen sein. Brian! Okay. Scheiße. Ich hab nur für zwei Leute Platz, okay? Zwei! Was soll das heißen? Wir sind zu schwer, okay? Ich kann nur zwei von euch mitnehmen. Zwei! Okay. Na los, helfen Sie. Na los! Na komm, Sesse. Okay. Alles wird wieder gut. Ich hab sie. Hey. Ich bin sofort zurück. Okay, Busa. Los jetzt. Wir müssen zu diesem... Warte, warte. Wir müssen zu diesem Heli. Ich hab's gehört. Es ist nur Platz für zwei in dem Heli. Hey. Nehm mit dir. Ich komm schon klar. Ich hab schon Schlimmeres überstanden. Ja, aber wir haben. Wo fliegt ihr hin? Was? Wohin? Wohin? Flüchtlingscamp. Nörglig vom Three-Fingered Jacks. Nein. Usa wird es niemals ohne mich schaffen. Ich will den zurück. Kommst du? Wollt noch gehen? Nein. Dirk! Dirk! Scheiße. Scheiße, du bist ja. Untertitelung des ZDF, 2020